Hallo meine lieben Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu Sky Island. Wir waren hier stehen geblieben, warum hake ich den Block weg? Diesen nochmal hier so einen kleinen Fels hinzubauen und ich wollte, ich hätte überlegt, hier vielleicht erstmal so unsere kleine versteckte Hütte reinzubauen. Ich sehe vielleicht gar nicht so schlecht aus, mal ungelogen. Weil, wenn ich das hier so, doch, das hat schon ein gewisses Etwas. Ich kloppe dann einfach hier noch so ein bisschen. Ja doch, 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 das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, okay. Dann möchte ich hier aber einen, ähm, eigentlich möchte ich da einen Holzboden haben. Wer hat das schon, Mojo, sind sie auch da? Ja, weiter, Kinder. Ähm, wow. Oh, äh, Goldschwert macht nur zwei Image. Also so viel wie ein Steinschwert lohnt sich also nicht. Willst du ein, äh, Eisenschwert? Iba, Jack. Ein Eisenschwert? Ja, will ich. Iba, ich will, lieber vermuten. Äh, Kindlein? Du musst fettes Kindlein? Hä? Ähm, bist du da? Bis unter mir. Ah, Kindlein, mir hat ein Schwert. Liegt neben dir. Ich gehe nach unten, ne? Ähm. Ich bräuchte mal einen Eimer. Gib mir mal bitte einen Eimer. Oh, mir fehlt ein Eisen. Warte, haben wir noch, äh, Eisenohr? Ich weiß nicht. Ich will mal hier grad gucken, wie das so aussieht. So, so, so. So. So, doch, das hat was, das gefällt mir ganz gut. Da, 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 da. Gut, mal gucken, ich würde mal sagen, ich bin mal dafür, dass sie gleich mal in die Höhle in die Höhlen gehen und nicht ein bisschen weiter umsehen, oder? Ja, was ich holen uns grad, ist ein Eisener mit mir auch nicht zu machen. kann noch immer schon mal meinstig ich finde als ich auch immer ganz kurz die aufgaben an leute um das wären die skyblock skyline challenges ex-pand island hol eine büte hausbilder fahren kann der kontrol und dann schon nicht sparen meine ich war ein paar Worte nicht beim Ballen sie sind ja nicht so war ja es ist aber schon mal aber wie bekloppt sich aussehen Prozent die die haben die ich habe eine dazu muss sie in Art und meine Latz-Rosa hat man Prozent was fehlt denn noch Loppel als Gold Diamant ich weiß nicht äh da steht irgendwas ach komm Eiland Erweiterung des Umargang macht es einfach mal in Haar oder nachkommen es sei nicht die Challenge ist eigentlich egal wie Bauern ein bisschen ich brauche ein bisschen heißen kommt und damit an und Käpt'n eher erst mit vollen Eisen Niko ich gehe jetzt gleich schon unten nach unten nicht gleich machen immer bis zum Beispiel wenn ich es auch noch aus nicht nur ich mache jetzt hier noch ein bisschen die Insel und vor allem ein Augenzoller gar nicht in die in Deutschland schön um und so schneller gehen der Ofen Bonn Lava Eimer die Pringer so übel was im Ofen wenn sie welches Geld kommt nicht unterschließt dann wirklich ausflippen soll ich Licht machen Jacky ja bitte Jacky hat Angst okay tu mal erst mal dein IQ weg oh ich grinsesmaily ich möchte mal ein bisschen die Insel hier noch erweitern damit keine Sticky Sticks mehr oh warte ist das super da nein das singe ich jetzt nicht warum hast du ein Block hin platziert um aus der Haube gut ich würde dann ganz gerne mal ach so ein bisschen Bogen ich kann ich mir springen das wirklich ein bisschen auf ja und was hast du jäh 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 ich muss gleich hier runter ja ähm aha gut gut wir brauchen oh Schafe ich weiß gar nicht wo Schafe unbedingt spawnen also wie die spawnen oder so oder wann oder wie oder wo auch ich habe ein bisschen schwerer und ich tue einfach mal ich mache jetzt einfach mal hier ein paar Bäumchen hin das sieht dann ein ist auch viel schöner aus Auer Kaktus Prozent ein bisschen Gras auf die Grasfläche mhm Gras das schmeckt Junge äh du hast den Teich ziemlich verunschelt kannst du ja bitte nochmal mit äh Dings ausfüllen mit Sand das sieht wirklich ja Paul wenn nicht gegen die Kaktus und hier für dich äh ja bitte ich hab dich um was gebeten ja nimm deinen Bogen und deine Pfeile ja hier Pfeile hast du Pfeile denn oh die Pfeile ähm ich hätte gerne nochmal Gras Gras ich würde mal sagen hier baue ich eine Farm hin aber was habe ich meine Worte ist wieder so runter jetzt hat nicht alle Bäume weg es ist warum nicht weil das schöner aussieht wenn ein paar Worte ich hasse diese Taten die siehe nicht gut und ich sehe gut aus m m so es ist das mit Kleber und haben die Klinge nicht geilen ist mit schätzt das ist es kann ich selbst jetzt überall und schön alles sind um so und so kann man nicht alle die teile ich will immer wieder auf ja das ist nicht krepp aus kreppi kreppi um er hatte soll ich das gelassen ein kleines Strom kannst du von mir auch ab wie wichtig ein Sturm den er ja die die sonst zu lassen aber Prozent hallo war sie zu machen und so wichtig ist woanders eingebaut so holz um ja ich wollte mal jetzt hier Sond Prozent wusste ganz in Sand hin dass wir gebunden hat ich hab den doch ja ich komme hier noch leider nicht so dass es nicht so und okay das ist wolle ach ja schon wolle für ein Wett reicht es Loll auch so ich dachte schon hier geht kann von einem auch so ich darf auch nicht ertrinken das ist wenn ich nicht so kicke um das gleiche ist alles hingesetzt hast wo muss denn hier überall sind ich finde weil da wo keiner ist hier so ne Paul und deine Ideen ich kann mir gerne auch noch was geben wenn du willst von Sand hochruhen sich zu machen vorsichtig deswegen dann dann sich hier war dann noch Sonntag sonst ist gucken Leute wie lange Paten schon ist und ich bin nicht gestartet um die Partei der Teile die Ruhe und er hätte ich mich glaube ich mehr aufgeregt als Ups ich habe nicht gestartet und ich habe fast schon mehr ertrunken nur ein um gut das noch erne und das sieht schon viel besser aus das sieht richtig aus und auch in der Stadt der Stadt nicht und das ist zu viel dann möchte nur die Erde bekommen so so das Konzept das Konzept wenn ich mir passt und beschwört weil das andere sie sich so ein bisschen wenn so jetzt das reich das reich das ist so sieht es gut aus nur besser den Dings ausgehen so so ein um 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 also wird auch von anderen Gems in diesen Lp zu reden das Redaktion ich spiele es äh, ja ähm alter katsching, katsching auch damit so, ähm ja ich würde sagen, Leute wir sehen uns im nächsten Part klickt einfach wieder oben auf den jeweiligen Link und subscribt, Leute wir sehen uns, auf Wiedersehen suskript und 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 du